Ja, Diva ist auch nicht wahr, mehr Reichweite für die, für die ganz, äh, fände ich cool. Ich glaube, McCree machen die Schwestern von der Diva. Das Lustige ist, bei der Diva, die Pistole macht mehr Schaden, wie die MG von dem Mac. Ist auch so. Das ist auch nicht schlimm, wenn die... Leute, ähm, wenn wir, wir verteidigen, äh, wir brauchen Reinhardt, zwei Bestens, am besten noch eine Sniper. Ich würde schalten. Zwei sind gut. Zwei sind auch, weil wir keine Reinhardt haben. Warte, dann nehme ich wieder, Mac. Mal schauen, ob ich es noch kann. Hm, nehm, ich warte. Guck mal, ich hab jetzt auch geholfen, wie er. Wenn wir einen Teleporter hätten, weil das ist nicht... Ja, okay, wenn die... Glas kannst du vielleicht so mit reinnehmen. Ich... Weil der Weg ist soweit, ja. Ich kann, ich kann mit er überhaupt nicht spielen. Ich könnte es ja, ne, aber... Nein, wir können den, weil der Weg so weit ist. Ach, sag dich denn. Ich denke, dieser Weg ist so, aber schon weit daneben. Ja, ey, war doch, dir gebe ich, äh, den, den Phasen gut. Drei Jahre lang. Drei Jahre lang. Einmal fangen. Warte, mal schnell, ich werde alle oben hin. Ich komme hoch. Nicht, nicht zu weit vorstellen. Hast können auch nicht, dass ich alle oben hin. Das ist gerade runtergefallen. Geil, der ist halt... Oh... Darf ich dich t-backen? Der ist jetzt einfach runtergefallen. Geiler ist er. Aber auch mal einen mit einem Reinhard. Kannst du dich hochziehen zu uns? Ups. Oh Gott. Ich tue von euch. Ich bin hier oben heilen. Ich hab mein Schildeschlüssel, ne? Mein Schildeschlüssel. Oh Gott, und ich bin fast... Na, ich bin angehit. Ah, ich bin down. Fuck. Wir haben auch mehr Raketen. Fuck. Ich bin zu schnell, kann ich doch nicht heilen, wie sie ballern. Okay, genau. Ich bin weg. Ist down. Ach, scheiße. Wieder down. Ja, hallo. Komm. Wie viel sind das denn? Zu viele. Jetzt im Ernst. Ich hau da alle meine Schüsse drauf. Jede Schüsse ist fast ein Kill. Und dann, na... Echt immer noch ein Hand. Ich bin... Ich bin... Alles angeht, hier mit nem Schlag, alles. Immer wieder. Ist der Raketen-Toste, ne? Ist die größte... OP-Sch... Sonst was, auf dem ganzen Raketen. Links in Nutsch. Links in Nutsch. Wie du willst, man hört sich nie in die Wiesnitz, ne? Ah, ich bin schon wieder tot. Kommt zu nichts. Kommt zu nichts. Tja. Kommt zu nichts. Haben wir ein Junkert? Das ist stankt. Weil auf der Stelle Junkert verdammt praktisch ist. Gut. Ja, das ist gerade nicht so wichtig, weil du nicht so weiter Flächen hast. Wo tut's denn denn das? Das ist eure Geräte. Ah, das. Hey, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Wir haben einen Start. Jawoll. Woher kommt ich? Woher kommt ich? Woher kommt ich? Oder war das Genji? Das war Genji. Er hat mich gekillt, aber er hat nur für mich seine gesamte Ulti gebraucht. Oh, komm! Ich stelle mich jetzt auf den Balken drauf. Ey, diese scheiß Healerin, die zieht sich da hin und her. Start! Oben! 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 Nein! Das sind Raketen, du siehst von uns. Ey, die andere, die ist von uns. Die ist nicht von uns. Das ist da gerade oben auf der Karte. Alter, der hat mich hier runterkaut, das Schwein. Rechts von uns. Unten und oben. Von hinten! Oder? Ne, doch nicht. Doch, von hinten kommt ein Genji. Oh, der hat hier Kraftgranate an. Hellen sterben! Rechts oben. Finden sich selber mit ihrer Kraftgranate in die Luft. Saunen! Volle! Von rechts! Von rechts! Ich muss mal nachschauen! Unten und oben. Wir haben nicht wirklich zwei Raketen pussen, oder? Ist das nicht hier? Ja, ernst. Doch, haben sie es. Wenn die die nicht runter... Wenn die die nicht macht... Aber ich kann es... Ah, wenn zwei Leute miteinander drinnen sind, übereinander, dann kann ich nur einen heilen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fakten. Das hat richtig gewastet, die Old. Nur weil die Raketen, die da waren, die haben mich so schnell gefakt. Okay, ich kann die Raketen pussen packen, ne? Raketen pussen sind down. Eine. Okay. Ich pflichte dich. Raketen pussen sind down. Okay. Ich pflichte dich. Mir stirbt keiner weg. Nein, zuaah. Ich kann nicht die pussen. Raketen pussen sind so OP, Alter. Mergt sie doch mal. Weniger Flächenschaden. Um einiges weniger Flächenschaden. Von mir kann sich niemand verstecken. Ich weiß, ich hätte die ganze Zeit laufen müssen. Hat schon jemand ein Junkrat von uns oder das? Das ist eure gerechte Strafe! Das ist eure gerechte Strafe! Das ist eure gerechte Strafe! Eiger, woher krieg ich den ganzen Schaden? Woher wohl, wenn ich die ganze Zeit rot kann? Kurz rein, es konzentrieren sich 5... Es konzentrieren sich hier auf mich und ich bin tot. Ich spiel mal kurz als Genji, weil als Rudomecker kommst du da nicht klar. Ach, nee. Oh, Mann! Ich bin ja gerein. Konzentrieren sich hier. Okay, ich bin tot. Im Zweifel sind zwei Schienge in der Bühnebark. Uti ist bereit. Mein auch. Soll ich auch sein. Sogen. Sogen. Watto in rechts. Er ist dort. Baller, baller, baller. Ach so. Was? Ein Genji ist dauernd. Schieb mal das Auto ein bisschen weg. Oh, Mann! Dieser scheiß Genji, ne? Kannst du dich eigentlich mal gegen mit aus dem Deck? Genji kannst du in früheren Bette, damit du auch mal frei hast. Die haben zwei Genjis. Warum kommen wir die von der Seite? Shit. Der Tracer mit Lowlife läuft rum. Warte, 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 warte. Kaelin sterbe nicht! Ach, schon wieder die beiden Denzys. Alter! Ge, 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 ge! Ja! Okay. Sie haben heute einfach die beiden den Niro ruhig geholt. Ja, ich hab sie einfach rausgefaked. Ah, die haben auch einen... Ja, die scheiß Raketen! Hat sie ver... ...mit überlebt. Das ist das ver... Ich die anwagen, dass sie mich schieben können. Ich bin da. Ja, zehn Sekunden. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. mettere wieder unten rausgefunden. Supache, caja, zu sein. Fein ding! Da ist noch irgendetwas dran. Jetzt hab ich nur wegen einer Ball geäbt. Boah, na also. Am Anfang hab ich erst gedacht, das wird nix. Aber dann. Ich auch. Hör schon mal wieder aus, äh. Oh n der. Ich hab mich gefüllt mit so ner Ulti. Allein. Oder? War das das? Ne. Er hat auf mich gerückt. Drei, vier. Alter, der ist ja richtig abgegangen. Server-Facton-Lagen. Komm, Leute, wir schaffen den hoch. Samu leid dich selber. Nein, hab ich jetzt nicht. Ich hab den mit sieben geleistet. Oh man. Du Verräter. Wir wollten nicht hochpushen. Null. Ich hatte 20-Gelett-Milion mit rein. Ja, ey. Level 30 anhand.